Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, geht es um das Brandy Alexander Cocktail Rezept. Es ist ein Cocktail mit Cognac, Creme de Kakao und süßer Sahne. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn es geht um Cocktails, deren Zubereitungen und Geschichten und alles, was dazu gehört. Der Brandy Alexander Cocktail ist ein fabelhafter Digestive Cocktail und eine echte Eggnog Alternative und ist nicht, wie so oft vermutet wird, ein Nachkömmling des mit Gin hergestellten Alexander Cocktails. Was seinen Namen betrifft, jedoch schon, aber dazu später mehr. Welchen Brandy du für deinen Brandy Alexander verwendest, überlasse ich selbstverständlich dir. Ich habe mich für einen Cognac entschieden. Moment, könntest du jetzt sagen. Das Teil heißt doch Brandy Alexander und nicht Cognac Alexander. Hm, so gesehen gebe ich dir recht, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass das Wort Brandy in seiner Übersetzung ursprünglich nichts anderes als Brandwein oder auch Weinbrand bedeutet und dass die Verwendung eines Cognacs historisch betrachtet somit korrekt ist. Die Bezeichnung Cognac wurde übrigens auch in Deutschland verwendet, wurde aber nach dem Ersten Weltkrieg in Weinbrand geändert, nachdem der Begriff Cognac geschützt wurde und nur noch für Brände aus der Region Cognac verwendet werden durfte. An und für sich werden ja alle Zutaten zu gleichen Teilen in den Shaker gegeben. Ich habe jedoch den obersten, also den Sahne-Teil etwas reduziert, würde ich sagen. Aber weißt du was, jetzt geht es aber ans Eingemachte. Übrigens verwende ich nicht die Variante des Shakeens, sondern des Rührens. Und gebe zuallererst mal etwas Eis in mein Rührglas. Doch bevor ich überhaupt den Cocktail kalt rühre, werde ich das Martini-Glas kalt stellen, indem ich einfach ein paar Eishüffeln dazugebe und es mit Wasser auffülle. Und jetzt gebe ich ins Rührglas 30 Milliliter Hennessy Cognac und 30 Milliliter Crème de Kakao Braun von Marie Brisson. Die Zutaten rühre ich jetzt kalt. Die Zutaten werden jetzt nicht nur kalt, sondern das Schmelzwasser, also das Eis gibt auch noch etwas Schmelzwasser ab und verdünnt ein wenig die Zutaten. Wasser gebe ich oder entferne ich halt aus dem Martini-Glas. Hätte ich einen Froster oder mehr Platz im Tiefkühler, würde ich es dementsprechend hineinstellen oder geben. So, jetzt werde ich noch den Oberst, also die süße Sahne, mit Hilfe der Feder des Hauslandstrainers, zum Glück habe ich ja noch eine zweite, kurz und kräftig schütteln. Davon gebe ich jetzt halt eben 20 Milliliter dazu, kurz und kräftig sind in etwa 10 Sekunden. Zu lang darf es halt nicht sein, weil sonst fast Schlagobers. So, ich entferne. und werde über den Barlöffel Rücken den Oberst floten. Das Originalrezept sieht zwar keine Garnitur vor, jedoch hat sich, muss ich sagen, im Laufe der Zeit eine geriebene Muskatnuss als Garnierung durchgesetzt. Oh, ja, und jetzt verkosten wir das geile Teil mal. Ja, schaut schon mal sehr, sehr nett aus. Riecht gut, also die Muskatnuss in der Nase. Und ich mag das, wenn diese Cremigkeit mit den, sich erst im Mund mit den Spirituosen verbindet. Ja, es ist cremig süß, ich muss wirklich zugeben, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und man merkt, diese Muskatnuss, die sich dann dank der Sahne am Gaumen quasi ablegt. Apropos gefallen. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dem Video einen Like gibst und es mit deinen Freunden teilst. Und falls du an einem der Shirts, die ich hier in den Videos trage, gefallen gefunden hast, findest du, wie immer, den passenden Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich nehme noch einen Schluck, bevor ich auf die Geschichte zukomme. Mhm, oh ja. Ist der Brandy Alexander jetzt wirklich ein Nachkommen des ursprünglich mit Gin hergestellten Alexanders, so wie man es überall liest? Hm, definitiv nicht. Der Name leitet sich zwar mit Sicherheit von der mit Gin hergestellten Variante ab, die bereits 1914, ja, 1914 zu finden ist, doch der Cocktail selbst erblickte schon im Jahre 1913 als Bachchor Club, das Licht der Welt, und ist in dem Buch von Schönfeld und Lebold zu finden, ja. Der Cocktail ist auch in vielen weiteren Büchern, zum Beispiel unter den Namen Alexandra Cocktail 1928, Alexandre Cocktail 1929, Alexander Cocktail Number Two 1930, Bachelors Bachelors Club Cocktail ebenfalls 1930, und als Panama Cocktail 1930 zu finden. Der Brandy Alexander wird namentlich als solches jedoch zum ersten Mal in Gordons Cocktail and Food Recipes Buch von Harry Gerald Gordon 1934 erwähnt. Wer den Bachchor Club und somit den Brandy Alexander erstmals gemixt hat, das habe ich leider nicht feststellen können. Doch im Grunde genommen ist das auch nicht so wirklich wichtig. Ja, ist es auf jeden Fall wert, nachgemixt zu werden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen, danke dir fürs Zusehen und wünsche dir natürlich noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Ciao.